Moin und herzlich willkommen meine Freundin der Sonne zu einer Runde von Mario Party auf dem seitoxin.de Server und mit dabei ist Tegel, hallo, hallo, oh ja, da schreibt es mal in den Chat, ist noch etwas schüchtern, er möchte noch nicht so viel reden, ich hab natürlich ne Sex gewürfelt, na, was hast du? Ich trau mich nicht, du traust dich nicht, wo bist du? Da, ne Fütt, oh, du ne Fütt, übrigens, wer die letzten zwei Videos nicht gesehen haben sollte, ich heiße es ja neuerdings unterstrich telix.de, Tegel heißt ja nur telix.de, ich unterstrich telix.de, wir sind sehr kreativ, was diese Sachen angeht, ja, ich wollte einfach auch so heißen wie der Kanal, oder auch die mir, ach, nenne ich mich doch einfach um, okay, und wahrscheinlich sagst du jetzt jedes Video, ja, das sag ich jedes Video, nee, solange bis halt die Leute kapiert haben, ja, bis die, bis ihr, ihr schreibt jetzt ja alle in die Kommentare, telix.de, unterstrich telix.de, wenn ihr es kapiert habt, und wenn nicht, dann schreibt euch. Genau, ähm, ich hab eigentlich heute schon eine Folge aufgenommen, doch die, hab ich leider nur ein Standbild aufgenommen, deswegen wird diese Folge wieder eine etwas erzählerische Folge, Mario Party bietet sich dafür ja eh recht gut an, und zwar wollte ich einmal über den YouTuber-Rang reden, den ich jetzt auch auf dem softpvp.de-Server habe, Tegel hat den ja da schon etwas verengen, jetzt habe ich neuerdings den da auch, das heißt, auch von meiner Seite werden da vielleicht hin und wieder mal Events aufgenommen werden und hochgeladen, ähm, ja, und auch andere Videos, da könnt ihr euch noch gerne überraschen lassen, was zu Themen hatte ich dann noch angesprochen, genau, äh, ich hab's grad schon wieder vergessen, ähm, ich hab eigentlich nur genau, um die Lücke zu füllen, in der ich überlege und eigentlich das wissen wollte, was ich sagen wollte, genau, ähm, Samstag kommen nur morgens um 6 Uhr auch Folgen, also jeden zweiten Tag von mir, das heißt am Samstag morgens eine und dann am Montagmorgen eine, am Mittwochmorgen eine und immer so weiter, also an den Tagen, wo nachmittags und Tegel eine Folge bringt, und zwar werden diese Videos nicht Minecraft sein, so wie jetzt, die werden, also Minecraft Videos werden täglich 16 Uhr kommen, sondern es sind dann andere Videos, wie zum Beispiel mal Happy Wheels, was jetzt am ersten Tag kommt, und andere Sachen, aber das werde ich euch alles in der Folge erklären, die ich übrigens schon vor ein paar Tagen aufgenommen hab, yay. Yay. Und eine, zwei, wow, was hast du gewürfelt? Keine, zwei. Keine, zwei. Ist auch nur so viel, dass ich dich jetzt überholt hab. Oh ne, das sind wir jetzt nicht, das gefällt mir jetzt nicht, das muss ich so sagen. Du bist dritter Platz, ich bin... ...hälfte. Oh, ich war drei Felder, nach vorne gewürfelt. Hallo, bist du auf dem gleichen Feld? Ach, Gott. Ich stelle mich in dein Spruchfeld. Ich mag das eigentlich recht. Und was hast du grad so für... ...hälfte. Erster, ich bin erster, ich bin erster. Wie das so im Chat aussieht, ich finde das immer so geil. TEDxHD, TEDxHD. Ja. Dann lass uns doch gleich GG schreiben. GG schreib GG rein und dann... Los. Und was ist du? Oh. Schau dir diese Würfel an. Schau ihn dir genau an. Ich halte ihn genau in dein Gesicht rein. Schlechte Würfel, tatsächlich. Vier Felder. Nur weil Mario Party dich mehr mag, ja. Ja, klar. Äh, was hast du gewürfelt? Eine Eins und eine Vier. Ja, die Vier ging ja. Ja, aber eine Eins ist scheiße. Passiert. Immer unzufrieden sein. Passiert. Immer unzufrieden. Passiert um erfahrten Leuten. Natürlich. Drachenflucht, jetzt zieh ich dich ab. Ja, natürlich. Ich hasse es ganz hinten zu laufen. Ich hasse es einfach so sehr. Ja, wobei du echt nur minimalen Nachteil hast. Ja, nein. Der Nachteil liegt nicht darin, dass du später startest, sondern dass du diese ganzen... Das ist nur weil zehn Leute in deinem Gesicht... ...topf first in deinem Gesicht hast. Nein! Was? Okay, doch. Ich konnte noch außen rum. Yeah. Ich bin so richtig blöd hängen geblieben an dem Schiff. Ich schärme mich. Okay, komm. Und jetzt nur fünf. Nice. Mit sechs. Und was hast du? Mit zwei. Mit zwei. Ach ja. Es ist halt einfach so. Mario Party kannst du mit nur Glück einfach gewinnen. Ja, das ist so. Wobei du mit können natürlich auch einen enormen Vorteil bekommst. Das ist so. Aber guck mal, ich habe Extremskill und bin nur vierter Platz. Natürlich. Du bist einfach schon fast zehn. Ja, es liegt halt an meinem Charme. Mario Party denkt sich, boah, den muss ich gewinnen lassen. Oh, heiße Kartoffel. Ich zermetzel dich jetzt. Ots, potato. Ja. Hallo. Ah, geh weg. Nein, ich war so schabiert hinter dir. Ach, nein, aber ich wollte ihn immerhin noch dritter. Hä, was, ich bin tot? Nein, du lebst noch. Nee, ich bin tot. Leute, ich dachte gerade, ich bin tot. Hä, wo ist dieser Zug? Nein. Nein. Ja, jetzt habe ich wieder eine Eins. Hä, drei, drei, drei. Drei ist so unabhängig. Ich habe auch eine drei. Ist wahrscheinlich schnell, komm, eine zwei, ja? Ja, ich habe eine drei und eine zwei. Smoke weed every day. Aber da steht, soak weed every day. Ich denke mir gerade einfach nur so, nein, Willblock ist einfach das größte Glücksspiel der Welt. Aber ich finde es cool. Ich habe da Lust drauf. Ja. Besser, besser als sowas wie Replika, was voll langweilig ist. Ja. Ich hätte gelacht. Ich finde, die Zeit kann man schon ganz am Anfang ein bisschen runtersetzen. Ich meine, das ist ja hier, das ist ja eine Kunst, das nicht, also ob der eine, das er gerade nicht geschafft hat. Da verliert man den Klau mit dem Edget. Oh Gott. Der hat ja extrem, als Objektiv das jetzt nicht geschafft. Gibst du, du hast einfach so einen Scheiß-Hex an. Ja. Hier solche Hexen dann auch mal scheißegal, einfach. Ja, so Fly-Hex. Ja, kann natürlich stehen bleiben. Aber ich bin richtig dumm gelaufen. Ich spring gerade einfach gar nicht, ich muss mal das mal wieder, oh, ich kann auch stehen bleiben. Hi, ne? Okay. Das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Einfach fast alles rot ist. Okay. Okay. Schade. Als ob du es noch geschafft hast. Ja. Hacker. Na klar habe ich es geschafft. Du Hacker. Nein. Das kann nicht sein. Ich sag nur, easy. Easy. Das kann einfach nicht sein. Oh, ist das, oh, ist das schwer, ey. Alter, war das mal schwer, ey. Und den zweiten Platz hat er schon mal safe. Oh, da hat er noch mal Glück gehabt. Da hat er noch mehr Glück gehabt. Ich würde mich ein bisschen von ihm entfernen. Oh, du stellst ein Block neben dir war eins. Oh, siehst du, ist das ärgerlich. Komm. Oh nein. Oh Gott. Ja, mit zwei. Ich auch. Zwei. Oh, du hast eine andere. Und eine Fünf. Und eine Fünf. Alter. Zur Hälfte, Max. Ich bin nur noch Dritter. Oh, wir sind noch auf dem gleichen Feld. Oh nein. Ich habe Bowser-Feld. Nein. Drei Fehler zurück. Hi. Ich bin nur noch Fünfter. Ach nein. Schießt. Oh nein. Alter, ich habe gerade richtig eine Pechphase. Fünfter. Fünfter. Oh, Glück gehabt, ey. Das Spiel habe ich jetzt rausgeschnitten. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Und wieder eine Drei, ey. Kann ich auch noch mal diese Runde irgendwas über Drei kriegen? Okay. Na vier, nice. Das ist geil, ne? Vier ist geil. Das heißt, ich habe eine Sieben insgesamt. Und das heißt, ich hole weiter auf. Oh nein. Beziehungsweise du haust weiter ab von mir. Erster. 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 Nice. Aber nur zwei Felder vor mir. Wir sind echt nah aneinander. Hi, guck mal, guck mal, guck mal. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Hier siehst du dich? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Hi. Hey. Hey. Und? Hey. Ampelrennen. Oh Gott, mein Start fand ich gut. Ich wollte ihn gut machen. Ah, viel zu früh gestoppt. Okay, das war jetzt nicht so schlecht. Aber es reicht halt nicht, um meinen Rückstand vom ersten Fell aufzuholen. Oh. Alles klar. Bei mir bewegen die sich einfach noch eine halbe Sekunde danach. Ja, klar. Der ist gestorben. Ich muss halt immer gute Starts hinlegen. Okay. Ja, klar. LOL. Ach, hochkonzentriert. Ja, zweiter. Nice und wieder. Geil, ey. Wir rasieren aber ganz schön. Ja. Aber erster Platz ist etwas Mangelware. Ja, ja, das ist irgendwie... So, komm, jetzt einfach nur eine gute Zahl. Eine 4. Danke. Eine 2. Halb nix. Okay, komm, und jetzt... Und eine 4. Und eine 1. Ich hab eine 2 und eine 4. Nein, du hast ein Felt von mir. Ein Felt von mir. Oh, nice. Okay, ich kann jetzt ein Sack zu... Außerfeld, bitte, bitte, bitte. Nein! Yes! Okay, das Spiel hab ich jetzt einfach auch ausgeschnitten. Eine 2. Und eine 3. Und wieder eine 3, ey. Scheiße, ich bin nicht mehr erster. Felt 4, okay. Jetzt entscheide ich dieses Spiel. Ach, ich bin 5 da. Dieses Spiel entscheide ich jetzt einfach aus. Ja, was ist das letzte Spiel? Weiterin. Weiterin. Okay, das ist in Ordnung. Okay. Das ist echt in Ordnung. Aber sogar auf der Seite. Aber... Okay, ich muss gewinnen. Weil dann hab ich noch die Chance, nach vorne zu kommen. Ich bin auch schon mit dem 3. Platz zufrieden. Muss ich erst werden, auch wenn ich dann die Möglichkeit hätte. Weil es noch früher als jedes Pferdunterschied, die schnell war. Vor allem, ich bin der T-Dex. Ich wusste gerade nicht, welcher T-Dex ich bin. In der Masse. Ach stimmt, mein Name wird mir gar nicht angezeigt. Das ist so irritierend, ey. Reite ganz vorne mit. Ich bin gerade vierter. Oh, Leute. Bei mir war gerade ein Leck. Oh, boah, war das gerade. Doch, hab ich schon gerade gedacht. Doch, jetzt ist es aus. Nein, ich bin dritter Platz. Und kann ich den ersten Platz bis ins Ziel halten? Oh shit, der ist richtig gut gelaufen. Okay. Das hab ich aber wieder gut gemacht. Vielleicht ist es sogar gestorben, ich weiß das gar nicht. Ich bin zweiter Platz. Das war gerade richtig souverän von dir. Danke, danke. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter, ich bin zweiter. Ja. Ja. Ich bin erst dann. Erst dann zweiter. Vor allem, was die Leute sich jetzt denken müssen. Ich spiele gerade mit beiden Accounts gleichzeitig. Okay, komm jetzt. Oh. Eine 3. Schon wieder eine 3. Ich hab nicht das ist eine 3. Komm schon, bitte. Ich muss jetzt auch eine 5. Ich muss jetzt bitte, bitte. Komm, komm. Ich hab nur eine 4. Hätte ich eine 5 gewürfelt, an welchem Ziel? Aber ich glaube, ihr seid eh weiter. Ich hab gewonnen. Was? Ich bin nur vierter? Bowserfeld? Wir sind beide auf Platz 0. Wir sind alle auf Platz. Ich hab gewonnen. Ja, ich bin dritter. Ich bin... Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so viel geschrieben wie heute. Aber nur durch dieses Bowserfeld am Ende wahrscheinlich. So, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr das sehr gerne an. Halt von einem Like und einem Abo zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.